Ich hab keine Lust mehr, der Nargler zu sein und bin müde vom Kämpfen und Klagen. Ich werde sofort gesellschaftskonform und verzichte auf weitere Fragen. Ich will auch dabei sein im Karussell der Reichen und Klugen und Schönen. Und dann lass ich mich von den Medien loben und von meinem Konto verwöhnen. Und ich glaube auch sofort an jede Statistik und ich bin gegen Zweifel immun. Und wenn Umsätze steigen und Löhne sinken, hat das nichts miteinander zu tun. Und ich gelobe jetzt nicht mehr quer zu schießen. Und ich glaube der Bild und der Welt. Und an Terrorexperten und Wirtschaftsanalysen und Warnemanns große Geld. Und ich glaube das Nestle die Menschen liebt. Die Vatikanbank leiten Christen. Banker sind voller Mitgefühl. Und Heckler und Koch-Pazifisten. Ja, ich glaube an Deutschland, an den deutschen Export, an Hart 4 und Wachstumswahn. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in euren Absurdistan. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in euren Absurdistan. Und ich glaube an den heiligen Sarrazin und an seine Eugenikvisionen. So kann sich ein Rückfall in dunkelste Zeiten finanziell in jedem Fall lohnen. Und ich glaube das wird in Afghanistan zur Rettung der Frau angetreten. Und zusammen mit unserem Bundespräsidenten will für deutsche Siege ich beten. Und ich glaube an alles was den Bildschirm füllt vom Pro 7 bis RTL 2. Und ich bewerbe mich morgen beim Dschungelcamp. Und ich wisch den Boden den Po. Ja, ich glaube an Deutschland, an den deutschen Export, an Hart 4 und Wachstumswahn. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in euren Raffistan. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in euren Absurdistan. Und ich weiß, dass wir ohne Atomstrom verenden und ich finde es ab jetzt auch beschissen, dass Konzerne, obwohl sie so viel für uns tun, auch noch Steuern zahlen müssen. Und ich glaube an die Automobilindustrie, denn die hat's ja nun wirklich geschafft. Und hält jede Regierung unter ihr verlässlich in Geiselhaft. Und ich glaube an Elite und an BWL und vor allem an E8. Denn wir brauchen Kinder, die funktionieren. Wer braucht schon ein Kind, das lacht? Ich glaube an Deutschland, an den deutschen Export, an Hart 4 und Wachstumswahn. Heißt mich willkommen und nehmt mich auf in eurem Absurdistan.